Hat er es mal wieder geschafft. Nicht? Ja, aber ich sehe da noch was an der Tafel hin. Nein. Das ist ein Fax vom Hauptquartier. Ich hoffe, die schreiben nicht so lange Faxe. Nee. Bitte Aufmerksamkeit. Ich erbe bitte Aufmerksamkeit. Ähm. Das Raccoon City Projekt. Ist, ähm, ja. Hin und weg. Unsere politischen Manöver äh, im Senat. Oh, fick dich doch, ey. Es geht mir so auf den Sack. Es geht mir tierisch auf den Sack. Warum spiele ich nicht in Doomist vorlesen? Frag mich nicht. Wollen wir tauschen, oder? Ja, ich habe gerade keinen Controller zur Hand. Ja, dann wird es leider. Ein beschissenen Emulator. Unser politisches Manövrieren. Im Senat hat uns dazu gezwungen, die Pläne sind jetzt, was sind sie? Nutzlos. Nutzlos. All unsere Vorgesetzten sollten sich, äh, jetzt sofort evakuieren. Äh, die US-Army ist bereit dazu, ähm, ihre Pläne durchzusetzen und morgen alles zu exekutieren, was noch zwei Beine hat, oder auch vier. Nein, eigentlich steht, da heißt es nur, die US-Army ist bereit dafür, ihren Plan morgen früh auszuführen. Ja. The Excellence of Execution quasi. Ähm, die Stadt will obliterate. Vernichtet. Die Stadt wird vernichtet und, ähm, bevor der Tag ist, bevor der Tag anbricht. Ja, das ist natürlich schlecht für uns, ne? Da muss ich ein bisschen beeilen und mich so lange lesen lassen. Das sollte sie dir mal vorwerfen. Parkschlüssel. Ach, toll. Das ist wahrscheinlich diese Scheiß-Schlüsselkette für dieses kleine, verfickte Schloss. Ich werde übrigens, äh, wenn wir, wenn diese Videos irgendwann mal 2019 hochgeladen werden, ähm, werde ich die Lesestellen überspringen. Auf automatische Empfangmodus erscheinen. Nein, 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 komm. Du, weißt du was, jetzt musst du wenigstens diese Dinge, diese kurzen Sätze, die hier immer auftauchen, die musst du jetzt bitte in dem, in dem, ähm, in der Sprache von dem, von dem Terranigma-Typen vorlesen. Hä? Oh, es piept. All Supervisors, Mission terminated. Return immediately. Repeat. All Supervisors, return immediately. Over. Don't! I can hear nothing. All Supervisors sollen, äh, sofort zurückkehren. Die Mission wurde abgebrochen. Und ganz am Ende hat man so einen Sprachfetzen von Carlos gehört, wie er gebrüllt hat. No! Also, er hat, er hat ein Wort gebrüllt. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. Oh! 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 And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but fawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-Virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? What? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Oh, I need it. Oh. Another mutant! I feel... 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 So, während Air-Port gehe ich mal speichern. Da... und wahrscheinlich... jetzt gerade... Onkel Tentakpel-Arm auf dem Dach des Hauses rumkloppt oder so. Ja, das schmeckt da quasi rum wie der gute alte Earthquake vor seinem Finisher, ne? Ja. Ja. Absolut. Oder vielleicht wie es Rumschelstühlschen. Ja. Nach 37 Spalter-Vorgängen. Ja, wie gut, dass wir vorher noch einen Vorrats Farbänder gefunden haben. Richtig. Und du erst dreimal gespeichert hast, aber fünfmal darfst. Also, innerhalb der nächsten zehn Minuten. Sekunden. 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 It was not by my hand that I have once again given ink... Wow, Airbeam. I was called here by... Ach du Kacke. Oh, nee. Ach du... Was ist das? Penis! Oh, synchron! Oh, scheiße! Zeit für die Magnum, was? Ich würde sagen, schon. Das sind nur 76 Schüsse. Sollte man nicht in die Luft schießen, mit. Na ja. Gegen manche... Mann. Ja, diesmal müssen wir wohl mit dem Penner kämpfen, nenne ich. Nein. 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 Ja komm, jetzt riecht dich mal hier raus, so faul ist er. Benutzst du doch die Schrotze, oder? Also Zwischen, Paar Schuss. Ach, der Schrotz kommt nicht hin. Oh, haben wir ihn? Jo. Und da fällt ein Stück Zaun runter. Während er hier in lila ne Kotze verdampft. Ja, in lila ne Kotze verdampft ist schön. Klingt quasi appetitlich, ne? Ja, auf ne sehr blumige Art quasi. Will ich doch quasi meinen. Na, kannst du quasi den Gang zurücklaufen jetzt, ne? Ich könnte fliehen, wenn ich auf diesen Zaun klettere. Und dort hocken bleibe. Ja. Und mir einen Abstrügel. Dann ist es der Düsenradzau- Äh, Düsenrad. Oh! Makrel. Ich will fliegen. I wanna fly like an... Igel. Igel können doch gar nicht fliegen, ey. Was hat der eigentlich mal für'n Scheiß gesungen? Mhm. Fly like an Igel. Mhm. Da war... Da gab's so was mit Mad Igel. So, wenn der Schlüssel da ist, sind wir raus. Aus dem Park. Ja, natürlich mit tausend urspawnen Gegnern. Wo wir gleich mal reinlaufen. Ey, Zombies auszuweichen ist echt von allen Gegnern das schwerste. Mit diesem, äh, Emergency-Ausweich-Dings da. Ist quasi scheiße, könnte man sagen. Ja. Macht Zombies zu den härtesten Gegnern in diesem Spiel. Ja. Was natürlich nur daran liegt, dass du den Easy-Mode gewählt hast. Den Hard-Modus meinst du? Eher den Hard-Modus, ja. Hard-Zombie-Mode. Der Hard-Zombie-Mode. So. Und dieses Schloss, was uns jetzt eine Stunde aufgehalten hat, ist endlich weg. Und wir konnten es halt nicht zerschießen. Das ist so ähnlich wie das mit dem... Wie das Steinerätsel. So, wo sind wir jetzt? Sind wir im Park? Nee, wir haben die Grenze des Parks überwunden. Ja. Und bewegen uns jetzt auf, ähm... Unbekanntem Gebiet quasi. Ja. Ja. Ein schönes Holz... Stegchen sein. Wow. Oh shit. Oh. Ja, Muschi-Tentakel. Oh shit. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Springen. Springen runter. Push him off. Jump off. Nicht Push him off. Push him off. Jawoll. Bitch. Mach's einfach mal so. Ja klar. Es ist Jim Valentine und nicht Laura Croft. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen fies gewesen, weil Laura Croft hätte die natürlich... sollte man nicht neu drauf sein mit einem kleinen Fingernagel runter in den Schubs. Als ob. Wenn wir das nicht haben, dann hätte ich es nicht. Ich bin gerade auf dem Schlagel. Ich bin gerade auf dem Schlagel. Weil... ...lektronische Schlagel... ...lektronische Schlagel. ...lektronische Schlagel. Weil... ...lektronische Schlagel. ...lektronische Schlagel. Ja, zweimal die Lippen, dreimal die Brüste. Und du stehst sie die Büsse. Shit. Geht nicht gut. Ja, wenn er sagt, dass... ...positiv. Ich hörte es direkt von einem Supervisor. Elker, so weit, um ihre Träume zu verhören? Komm, komm, wir müssen hurry, es gibt nicht viel Zeit. Facility Key. I've got a key, baby. And I will use it, maybe. Ja, Diarrhea und Pux, ich weiß. Ich weiß nicht, ob sich die Träume zu verhören kann. Das klinge eigentlich von Triple A, wie schon wieder Haufen Polizeipatronen war? Ja, natürlich. Die so nutzlos sind, von denen ich irgendwie bald über 500 habe. Das ist halt für schlechte Zeiten, ne? Ja, für die große Rezession, ne? Was kriegen wir eigentlich aus Doppelwerter? Du hast ja schon ein Speicherband über... ein Farbband über. Ja, da haben wir sogar dreimal Bärter. Bibibi. Bad Boy Brass. Einmal hin, äh, Schmutzfilm Pumpkin-Munition. Das finde ich doch geil. Schrotze. Kotze. Schrotze haste neben der Pimpfe. Von Bossy Liensis. Ja, Baby. Ja, Baby. Ah, ah, ah. Du willst wissen, was ich bin? Du willst wissen, was ich bin! Ich habe schon wieder vergessen, was Facility heißt. Ja? Schönes Geräusch. Ich habe schon wieder vergessen, was Facility heißt. Fabrik. Ja. She was a secretary in a facility. Nee, das reimt sich nicht. Ich wurde in eine Fabrik versetzt. Ich bin wirklich glücklich, weil ich an ganz anderen Sachen arbeiten muss als an den Sachen in der Universität. Mai 14. Das geplante System ist kompliziert. Ja, Disposal System ist eigentlich so eine Art, ja, Vernichtungsmüll, ja, nicht Müllvernichtung, also Entwässerungssystem kann das auch sein, oder Wiederverwertungssystem und so ein Shit. Also, Wiederverwertung, okay, okay. Dann ist das Disposal halt, das Disposal, ähm, das Wiederverwertungssystem ist fertiggestellt. Gas. Ja, indem ich eine bestimmte, eine bestimmte Sorte Gas benutzt habe, die Scheinsbach unter 83 Euro noch eine Wetterverwendung hat, ähm. In G-Compose heißt, äh, verwiesen. Ja. Ja.